hi leute paxcom hier ich begrüße euch recht herzlich zurück auf meinem kanal zu einem neuen video von x3 terran konflikt und zwar geht es heute um raketen wieder mal und zwar habe ich da mal was vorbereitet und zwar habe ich eine excel tabelle gemacht wo die ganzen raketen drin stehen die habe ich schon ewig alt die die excel tabelle und da habe ich mir jetzt hier auf der rechten seite seht ihr das genau bemerkung dazu geschrieben dass sie uns in die terranischen raketen die poltergeist haben wir schon mal getestet ist wie die wespe wenn ziel zerstört wird nächstes angegriffen allerdings 13 kilometer reichweite die wespe macht das nicht aber dies hauptsächlich für klein kampfschiffe also m5 sowas geeignet was an der hier besser ist wie an der wespe dass die wahrscheinlich dann auch andere gegner angreift wenn das eigentliche ziel zerstört wurde das macht die wespe nicht dann die guld die baluka habe ich jetzt noch nicht getestet weil ich für die baluka habe ich jetzt noch keine fabrik gefunden mit der ich produzieren kann und die guld die ist glaube ich nur für mit raketen fregatten abschießbar die geist rakete war die rakete die so elend große bogen bögen fliegt also das auto schwarm rakete relativ starke auto muss man dann wirklich in richtung des feinds schon abschießen die gespenst rakete war ich jetzt wie gesagt nicht begeistert die rakete wird meistens von vorm ziel abgeschossen nicht brauchbar für mich deswegen mache ich das auch ein bisschen kleiner dass die dann aus der liste quasi raus springt phantom und schatten muss ich ehrlich sagen habe ich jetzt noch kein schiff gefunden mit der stehe abschießen kann keine ahnung vielleicht finde ich das irgendwann heraus dann hier oben die normalen raketen die machen wir jetzt noch mal groß und zwar die moskito rakete haben wir ja schon getestet das letzte mal dies hauptsächlich zur raketen abwehr kann man die gut benutzen die benutze ich eigentlich so gut wie nie raketen abwehr vielleicht oder sowas die macht gerade mal 200 schaden also da kann ich niemanden im ofen vor locken die wesbe wiederum ist eine sehr gute rakete eine schwarm rakete sehr gut gegen m5 gegen kag aber gegen m4 sowas ist sie dann nicht mehr so gut die rapier rakete kann man nicht selber produzieren nicht so interessant die feuerfalter rakete ist zwar relativ schnell aber dies ziellos und hat nur eine andere jahrungs detonation also finde ich nicht sinnvoll die nutze ich halt gar nicht okay die stachel rakete die wird glaube ich liegen gelassen von den kag kann ich also selber nicht produzieren uninteressant für mich die flammenschwert rakete ist wie die feuerfalter rakete ziellos muss ich also im absoluten nahkampf vielleicht einzusetzen aber das ist so speziell die nutze ich nicht und die libelle rakete benötigt ziel hat eine annäherungs detonation aber nicht habe ich schon mal getestet was steht hier einfach habe ich finde ich jetzt bin ich nicht so begeistert davon so deswegen mache ich die alle wieder kleiner die enter kapsel gutes ist im eigentlichen keine rakete sondern die ist halt nur für marien zum verschießen damit man andere schiffe ändern kann die morgenstern rakete ist eine sehr gute rakete eine schwarmrakete aber von raketen fregatten abschießbar die haben wir jetzt habe ich jetzt noch nicht die habe ich früher schon mal gespielt aber jetzt nicht getestet die disruptor rakete habe ich beim letzten mal getestet und die habe ich halt was ist jetzt passiert was habe ich jetzt gemacht die disruptor rakete habe ich das letzte mal schon getestet und für schlecht befunden deswegen nehmen wir die raus die hurricane hurricane ist sehr schnell vielleicht gegen m4 ganz gut muss ich mir noch mal genauer anschauen bin ich jetzt nicht so davon begeistert schauen wir mal die nadelrakete kann man nicht produzieren deswegen fliegt sie raus so die aurora rakete ist ziellos für mich uninteressant die dorn rakete kann man nicht selber produzieren außerdem hat die eine annäherung benötigt ziel ja ok aber die kann man glaube ich selber nicht herstellen deswegen fliegt ja auch raus und die mantis rakete habe ich auch schon mal getestet was steht hier in ok die ist relativ klein macht 15.000 schaden ist relativ fix also die könnte eigentlich noch mal testen die werde ich noch mal testen ok mal schauen ob ich hier noch man das rakete hergestellt habe halt moment da muss ich euch wieder das andere bildchen zeigen das hier so die mantis rakete eigenversorgung info habe ich die schon hier produziere ich doch glaube ich selber die belle morgenstern nee kann man die nicht selber produzieren info man ist rakete da habe ich doch elf stück wieso produziere ich die nicht selber gibt es die nicht zum selber produzieren repulsstrahlenmeter em erschütterung schockwelle vespo moskito hummel hornisse da muss ich mal schnell nachschauen ob man die selber produzieren kann weil wenn ich die selber produzieren kann ist das für mich moment da muss ich mal ganz kurz bei exatrian reinschauen ob man die selber produzieren kann so ähm moment ähm fabriken nach produkt klm ne die kann man nicht selber produzieren deswegen habe ich die auch rausgenommen genau ok und dann werde ich euch wieder auf dem bildschirm zeigen deswegen kann ich die selber produzieren uninteressant heute soll will ich einen test machen mit der hummel rakete die gewittersturm und die donnerschlag die sind vor der geschwindigkeit her alle ähnlich alles einzelraketen also einzel schussraketen wobei die donnerschlag und die gewittersturm äh gewitterstchlag die donnerschlag und gewittersturm die größte reichweite haben mit 78 und 62 km die hummel kommt nur 28 km ist aber auch dafür sogar ein bisschen langsamer ok schaden macht die hummel am wenigsten wobei die gewittersturm äh auch mehrere feinde angreift also wenn ich da jetzt zehn stück auf einen feind abschieße und der feind wird getötet dann greift die wohl die nächsten an die werden wir heute testen ähm so ist der plan die hat mich jetzt hier schon im im schiff ähm genau ich habe 300 hummel raketen dabei und und da kann ich frei weg testen ok jetzt gucke ich mir einen schönen erstmal speichern ähm halt oh ich hätte falsch falsch bald falsch gespeichert genau ok das hier ist wie gesagt mein Test Zugang äh dann schauen wir mal wo fliegen wir hin hier hinten waren doch so schöne Xenon genau hier fliegen wir mal hin sprungantrieb wird geladen äh heute ist wieder ui hab grad gesehen ihr habt ihr seht noch den falschen Bildschirm entschuldigung Gott sei Dank hab ich noch gemerkt da ist der richtige ich habe heute Joystick wieder am Start den guten alten Cytec Cyborg Evo gibt's leider nicht mal neu ein richtig tolles Teil wie ich finde so alles klar jetzt wollen wir mal gucken was hier los ist Xenon Q ähm hier ist natürlich relativ ok geben wir mal ein bisschen Gas gucken ob es hier noch ein paar andere Gegner gibt genau es ist da noch oh LX Q auf den Xenon Q wenn wir da eine abschießen da wird die wahrscheinlich nicht aber da hinten sind die kleinere Schiffe da fliegen wir mal da hin Xenon LX hier ist ein bisschen wenig los warum ist denn hier so wenig gibt's ja gar nicht was ist denn das für ein Tor Osttor mal gucken wo das hinführt ähm Moment da muss ich ja Sektorenkarte aufmachen ähm Osttor da ist nochmal ein Xenon Sektor da gucken wir doch mal da rein hey lass mich mal hier wer greift mich an das Xenon X na gut dann kriegst du gleich mal eine Rakete ab hier Kummelrakete installiert Donnerschlagrakete ach so ich drücke zu lange drauf Donnerschlagrakete Kummelrakete was ist denn jetzt habe ich das falsche Profil drin ähm Spiel Steuerung ne aktuelles Profil ist Hyperion Donnerschlagrakete Donnerschlagrakete Wittersturmrakete was ist denn hier los Kummelrakete installiert ach ich muss doch länger drauf drücken okay äh zwei Raketen habe ich jetzt abgefeuert ich weiß jetzt gar nicht welche Welt es ist mal schauen was passiert aber wahrscheinlich wird das äh LX die Hummel killen da ist das LX doch sieht schon krass aus oder sieht schon schick aus so wo sind meine Raketen abgeschossen dann schießen wir mal fünf Stück ab von den Hummeln was ist denn jetzt halt N5 jetzt so das sind die Hummeln da ist nicht eine durchgekommen okay ähm das war ja ein bisschen sinnfrei oh was ist denn hier noch los das hat getroffen die trifft auch vielleicht ne ist schon wieder abgeschossen ja die werden alle abgeschossen ja guck an okay das hat halt Heckgeschütze jetzt mach ich mal auf alle abgeschossen ja also das bringt gar nichts hier mit den Hummeln ich flieg jetzt mal hier durch durch das Tor hier und schau mal ob man da vielleicht mehrere Gegner haben die wir mal wo wir mal eine Salve abschießen können auch das noch Zigarre rausgegangen total Schaden ja na gut ähm hier sind aber dicke Dinger unterwegs das ist das ist mir hier schon zu fett halt was war das so ich flieg mal hier ähm probiere ich denn jetzt Xenon Sektor 627 ach hier müsste es noch ein Tor geben ok hier hinten müsste es noch ein Tor geben sehen ob ich jetzt hier durchkomme oder ob die mich abknallen mit Sinsa könnte es vielleicht schaffen oh hier sind viele viele kleine Gegner die kann ich jetzt mal angreifen Autopilot deaktiviert sehen was passiert was hab ich denn jetzt gemacht neuer Name ich will doch keinen neuen Namen sehen ob wir den kleinen irgendwas antun können mal gucken hier passiert gar nichts nochmal noch mal drei Salven abgeschossen ich glaube die werden alle abgeschossen hier hat einer mal einer abgekriegt aber der Rest das war ja wohl ein Witz nochmal drei Salven ab aber jetzt hat er auch eine ne da hat einer gekriegt der auch begeistert mich jetzt nicht so sehr da fliegen sie gegen das gut das Ende das werden die niemals einholen können Geistrakete okay da sind sie hier haha aber kriegen den wahrscheinlich nicht da ist der viel zu wendig oh was ist denn da oh ich muss die abhauen okay ich guck mal was da hinten passiert die Geistrakete werde ich mal hier ich muss sie mal weg oh ich stehe diese Bilder stehen geblieben okay ich muss sie weg also die Hummel die begeistert mich jetzt gar nicht ich probiere jetzt nochmal den Rest abzuballern mal sehen nicht ausführbar ja das ist ja gut also die Hummel Rakete da sind sie unterwegs da hier also muss man ja wirklich so viele abschießen dass da mal was passiert wahrscheinlich ja jetzt hat es ein bisschen was erwischt aber die überzeugt mich nun wirklich nicht die werde ich gleich aus der Liste bannen also das gefällt mir gar nicht die Hummel Rakete die werde ich rausnehmen das macht mich jetzt nicht glücklich so dann schauen wir mal in den Sektor hier rein den nächsten zentraler Xenon Sektor 023 um sehen was uns jetzt hier erwartet oh wir sind die los okay jetzt fliege ich mal hier hoch was habe ich denn jetzt überhaupt installiert für Rakete hey falsches Knäpfchen so Rakete installieren Gewittersturm Gewittersturm nee gelandete Schiffe Warntausch Donnerschlag Donnerschlag Hummel habe ich jetzt keine mehr okay dann machen wir mal eins halt jetzt schicke ich mal hier die Donnerschlag los so mal gucken was jetzt passiert ob die hier was anrichten schick doch mal zwei Salven hinterher die brauchen halt schon ganz schön viel Platz die Donnerschlag ich guck doch mal ganz kurz in die Raketen die brauchen noch mehr Platz wie die Gewittersturm mal sehen ich werde hier mal so ein kleineres Schiff angucken hat die jetzt abgeballert die Donnerschlag Ziel ist nun in Feuerreichweite oh ich muss abhauen die haben sie auch alle abgeschossen ist wahrscheinlich besser man nimmt die im Nahkampf da machen sie Schaden im Nahkampf da sind sie wahrscheinlich besser wie die Hummel also als Fernkampf Waffen wahrscheinlich nicht zu gebrauchen was steht denn jetzt hier der benötigt Ziel Hitze suchen okay also wie gesagt die ist der Gewittersturm relativ ähnlich nur dass die Gewittersturm ein bisschen weniger Platz braucht Autopilot deaktiviert oh hier hinten habe ich schon irgendwas zerstört hier da was ist denn das hier ah die haben die Raketen gleich gekillt hier so schießt die jetzt ab die restlichen mal sehen ob ich hier jetzt was ausrichten kann so jetzt machen wir mal hier das LX nochmal ähm was ist denn das da oben dick ist 70 Raketen schieße ich jetzt auf dich ab mal sehen ob ich dir was tun kann oh ich muss ein bisschen aufpassen oh ja guck mal auf die Schilde die machen ganz schön Aua so habe ich jetzt noch welche mit Fahrentausch Donnerschlag da schicken wir die achso der ist zu weit weg okay jetzt schicke ich nochmal die restlichen da auf dich drauf N104 halt Quatsch ich muss erst die Donnerschlag aus äh auswählen wollen wir mal schauen ob wir dich damit killen können da sind sie unterwegs die Kollegen und oben links im Bildschirm seht ihr quasi den Feind das J mal gucken ob was durchkommt sie sind im Endeffekt genauso schnell wie die Hummel machen nur viel mehr Schaden ich glaube da kommen sie jetzt gerade angeflogen da schießt sie ab da schießt sie gerade ab aber da kommt jetzt nichts mehr durch jetzt machen wir mal eins jetzt schieße ich mal die die ähm Gewittersturm ab die müssten den wahrscheinlich killen oh das sieht doch geil aus oder hoho klasse und dann müssten sie eigentlich ähm das nächste Ziel angreifen falls sie den dann killen das sieht schon fantastisch aus das war's so jetzt durften die alle einschlagen 22 Kilometer ist das Ding weg da schlagen sie ein da ja gegen so viele Raketen kann es sich dann doch nicht mehr wehren und tschüss also auch mit dem M6 kann man J killen so und jetzt seht ihr wie die Raketen äh da hinten sind sie sich das nächste Ziel suchen jetzt greifen sie wahrscheinlich den hier an genau also die Gewittersturme muss ich ehrlich sagen sind gerade mein Favorit da sind auch welche unterwegs die fliegen wo fliegen sie denn hin also die haben jetzt nicht mich angegriffen sondern wo gehen die hin also die versuchen doch nicht etwa allen Ernstes die Rakete hier zu treffen ah die gehen auf den hier wahrscheinlich genau da schlagen sie ein na gut die werden sie jetzt vielleicht nicht mehr fertig machen naja aber die suchen sich dann auf jeden Fall das nächste Ziel das ist auf jeden Fall finde ich eine deutlich bessere Alternative wie die Hummel und die Donnerschlag Rakete also die Donnerschlag werde ich wahrscheinlich mit produzieren aber die Hummel auf jeden Fall nicht und auch nicht die halt die Donnerschlag also da werde ich mich für die da werde ich mich für die äh Gewittersturm Rakete entscheiden und von der Donnerschlag ein bisschen produzieren und die Hummel werde ich außen vor lassen alles klar dann hätten wir heute wieder drei Raketen getestet und eine von den drei Raketen für gut befunden da bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen wenn euch das gefallen hat lasst einen Daumen da und vielleicht noch Tipps habt für mich dann einfach in die Kommentare vielen lieben Dank fürs Zuschauen bis die Tage ciao ciao